Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Die Soße. Lass mal, lass mal, lass mal. Oh, nein, nein, da ist Sahne drin. Die ist für dich. Nur auf die Kartoffeln, bitte. Ich krieg dich in dieser Sinn los, nee. Was? Du weißt es momentan, ich dachte, du glaubst, ich wollte hier mit dir leben. Du brauchst mich. Du brennst nicht ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Lebensaffair? Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstelle? Oh, meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du die Obdär? Mit dem einer Scheißspinze hat mit 10.000 Warnitzen oder mitzucht oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist primat! Wir sind keine Kumpels. 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 Untertitelung des ZDF, 2020